Ja, klasse. Ja, klasse ist ein Scheißhalsch. Ja, Thomas, vielen Dank. Ich... Ja, wie ihr seht... Ich zeig euch jetzt mal, wie wir hier im Habicherhof leben. Also kommt mal mit und dann... Ja, wie ihr seht... Ich zeig euch mal, wie wir hier leben und dann seht ihr mal was. Das ist doch... Der seht hier mal was, das ist doch total blöd. So wie ihr seht, sind wir super angekommen im Trainingslager hier in Oetz, in Tirol. Wir sind im wahnsinnig super Hotel hier, im Hotel Habicherhof. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Und genau, wenn sie aus der Sauna kommen, können sie entweder direkt im Pool hüpfen, den Eisbrunnen nutzen, der hier vor Ort ist oder einfach mal kurz entspannen und das Ganze über sich ergehen lassen. Und ich wollte euch heute mal zeigen, was das hier so... Nochmal, bitte. Kannst ihn selber fragen. Peter, wie kam eigentlich dein Take-off an? Weil, mehr ist mehr. Jetzt können wir Rosi. Oh! Komm, Söre! Ja! Alexander! Aber wenn ich da stehe, dann bin ich schon drin. Jetzt, komm auf! Boah, ist das ein Feld am Sack, ey! Zwei! Zwei! Nicht, Söre, mach's nicht! Mach's nicht mit, ich will nicht! Boah! Jetzt weißt du doch! Ja, Alex! Boah! Ich trete das nicht, das ist zu wenig Gewicht! Boah! 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 Boah, das ist so ein almighty! Boah, das ist so großartig! Wir sind doch schon dabei! Mein Lieblings-Sportler! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu... Ich wusste, dass das sofort losgeht, soweit ich irgendwas sage. Habt ihr Sonnenlang gesehen? Ich bin Fan... Nein, haben wir nicht! Jeden Tag das Kleine, 6 Uhr morgens. Alle schlafen noch in Deutschland und wir sind um 5 Uhr morgens im Pool. Oder, Steven? Meine Kinder sind noch im Bett und du bist schon im Pool. Ein absoluter Lieblings-Song. Ich möchte nur ein bisschen Arbeit machen. Schwinde, lass mich mal bitte arbeiten, ja? Danke! Wer schneidet das nachher? Bitte? Wer schneidet das nachher? Mario! Mario! Aua! Das hat mir sogar wehgetan! Scheiße! Verletzt! Chance fällt aus! Spete Verletzung! Mein Freundesbucheintrag! Oh Mann ey! Das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Du musst einen Schwenk machen, hier zur Seite! Da hin! Sehr gut! Es ist jetzt nicht so, dass wir hier Urlaub machen und einmal rennen, sondern es war... Nicht so wie die Medienabteilung, die nur Urlaub macht hier die ganze Woche. Genau! Ja, ist gut! Schweißfleisch! Kannst du nochmal tupfen hier? Forbizzen! Für Bistzi erklärte Dich! Das ist schon sehr locker! Für Bistziplin. Für Bistziplin. Demo ist-Dich! Für Bistziplin! Für Bistziplin! Meinst! Entfer hippe!